Dieser exklusive Volkswagen EOS steht hier zum Verkauf. Das braune Cabrio hat einen Kilometerstand von 48.741. Die Erstanmeldung war Anfang 2010. Das Cabrio besitzt zahlreiche Aussteckungsdetails wie Xenonscheinwerfer, Navigationssystem, Sportsitze, elektrische Fensterheber, Multifunktionslenkrad und noch vieles mehr. Der Oberklasse Benziner gibt eine Leistung von 211 PS an ein Automatikgetriebe ab. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal.